Hallo Nation, schaut euch an, was Schlotterbeck heute gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Nico Schlotterbeck vom Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund sieht keinen Zusammenhang zwischen dem großen Duell mit Real Madrid und der so dramatisch verlorenen letztjährigen Meisterschaft. Letzte Saison hatten wir gegen Mainz etwas zu verlieren, jetzt haben wir etwas zu gewinnen. Diese Chance müssen wir nutzen, sagte der Spieler im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch das Finale in London am Samstag vor den Fans will Schlotterbeck gewinnen. Vielleicht haben wir damals zu viel darüber nachgedacht. Aber wir wissen, was hier in der Stadt passiert, wenn wir einen Titel gewinnen, was es für die Menschen bedeutet, sagte der Verteidiger. Gegen den spanischen Meister fühlt sich der BVB in der Rolle des Außenseiters zu Hause. Wir sollten keine Angst haben, wir sollten keine Ehrfurcht haben. Es muss ein normales Spiel für uns sein. Wir waren in dieser Saison in der Champions League schon oft der Außenseiter, das kommt uns sehr entgegen, sagte Schlotterbeck. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.